Jo Freunde, willkommen zu diesem Video. Neue Herausforderung von Balenciagas Online und zwar benutze vor einem modischer Mopster Graffiti ein Emote bei Retail Row, Believer Beach oder bei Steamy Stacks. Ich bin gerade auf dem Weg hier zu Believer Beach. Ich zeige euch mal kurz, wo ihr das Ganze hier findet und wie ihr die Aufgabe dann abschließen könnt. Super, super easy hier und macht das ruhig hier auch an dieser Stelle, wo ich bin. Hier geht es auf jeden Fall gut von der Hand. Ja, also fliegt am besten hier zu der Tankstelle unten links bei Believer Beach. Ich markiere es gleich nochmal für euch. Und hier direkt neben der Telefonzelle seht ihr dann auch schon dieses Graffiti und das ist dieses modischer Mopster Graffiti, wo ihr einfach hin müsst. Ich markiere es direkt für euch, das Ganze hier einfach bei Believer Beach und zwar genau an diesem Ort. Ihr könnt es aber auch zum Beispiel bei Retail Row machen. Da ist aber gerade hier dieses Kipp Element gewesen. Das wäre nämlich hier an dieser Stelle und ja, könnt ihr euch aussuchen, wo ihr das macht. Ansonsten Steamy Stacks noch, da bin ich aber nicht sicher, wo das ist, deswegen zeige ich das nicht. Auf jeden Fall einfach ein Emote hier machen, super easy und ihr seht, benutze vor allem modischer Mopster Graffiti ein Emote. Aufgabe fertig und Spray bekommen und ja, das war es auch zu diesem Video. Super easy, wenn es euch geholfen hat, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.